Fuckin' Roleplay, ey. Fuckin' Roleplay, ey, die ist alle. Mit mir, Basti, GHG. Und, ähm, Leute, ihr seht... Ich finde es immer so geil, wie Basti immer in diese YouTube-Boys geht, ich liebe es. Auch bei diesem Jackbox, das wird nachher wieder so funny. Das ist mein absoluter Lieblingsmoment. Freunde, ihr kennt es! Man ist zum Beispiel gerade Zelten. Und dann fehlt auf einmal einfach ein Zelt. So redet Basti dann, Digger. Oh mein Gott, Bro. Ey, ich hole mich da so drauf. Es ist so nice. Alter. No joke. Fuckin' Basti.